So, hallo Freunde und da sind wir auch schon wieder in Episode 3 von The Walking Dead Season 2. Bin aber gespannt, was hier auf uns wartet. Wir schauen einen Baum an, ein sehr schöner Baum. Ach, das Verwalter der Falter. Was macht sie denn mit Lenn? Na, du kleiner Falter. Ist da so was zu sehen? Nein, nur weiter... Oh... Okay, ich glaube, ich hätte einen Datschen sein. Der Winkel. Doch, zusammen sind wir sicher. Dann kommen wir nicht mehr weg. Ach nein, das ist gut. Das geht nicht so gut. Wie so. Ich habe so eine Leichtart. Wir sind auf unserer Weg. Probierlich 30 Minuten raus. Sicher, dass alle bereit sind. Emotionen sind vielleicht hoch. Carver raus. Wenn ich herausfinde, dass du in der Flügel verwendet hast, um diesen Flügel zu halten, ich mache dich zurück. Nein. Ich schraubte meine Arsch. Wie du mir gesagt hast. Es ist nicht poliert, zu hören, bei anderen Gesprächen zu hören. Hat jemand dir das schon immer? Wo sind deine Manöse? Ich hatte auch mal zu empfunden. Ich hatte so einen Walkie-Talkie gehabt. Oh, wirklich? Und was hat es mit dem? Ich habe es nicht mit dem ausgeschoben. Ich habe es nicht mit dem ausgeschoben. Ich habe es benutzt, um zu sprechen mit meinen Eltern zu sprechen. Ist das, warum du hier bist? Du willst sie sagen, Mama oder Papa? Ich habe es nicht mehr brauchen. Meine Eltern sind totale. Alle Eltern sind totale. Das macht dich nicht besonders. Mein Vater ist tot. Und wir sind alle dankbar für das. Geh die Mädchen in der Rückkehr mit dem Rest von ihnen. Wir haben ein bisschen von Unsere Ehe. Das ist so ein Wichser! Ich liebe ihn. Ich glaube ich kann ihn nicht mehr machen. Irgendwie so ein Wichser. Ich stecke das Ding weg. Ich bin noch eine kleine Mädchen. Ich bin noch nicht in dem Standort. Was ist das für dich? Was hat er mit dir gemacht? Hey! Hat er dich verletzt? Hey! 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 Was wird nun hier alles so passieren? Hm? Ich hab das ausgebrochen. Wierzu? Hoffentlich kann man diesen Wichser irgendwie noch kalt machen. Das würde mich zu sehr freuen. Auf solche Ausstochen leben wir meistens. Und ich hab die beiden geboten. Und ich hab die riesige Lösen. Ich hab dich mit einem Schradt Whole Foods. Und ich hab dich mit dem Hütten angefangen. Ich hab dich mit dem Hüttened vorgelegt. Und ich hab dich mit dem Hütten darauf geschossen. Was haben wir denn hier? Ist ja nicht so? Wir haben dich aus längeren. Wie was zu haben? Was hast du gesagt? Das wäre ein Wasser. Was ist das? Ich weiß nicht, was ich weiß. Wir sind in einer vollständigen Position hier. Wir müssen etwas machen. Sie haben alles genommen. Wir müssen uns aufhören. Er ist richtig. Bill? Das ganze Zeit war Carver, Carver, Carver. Jetzt ist er Bill? Oh, ich verstehe was. Ihr seid einfach nach Hause, nicht? Das ist was hier passiert. Sag das wieder. Ich werde hier raus. Herr, ich bin ein Junge. Nein, genau. Du bist ein Mann. Du verstehst nicht. Er ist anders. Er ist schlimmer. Was sagst du? Er will uns verletzieren. Was sagst du, schlimmer? Er ist ein psychopat, jetzt. Du hast keine Ahnung, was du zu tun hast. Oh, er hat mir eine sehr gute Idee gemacht, in der Lodge. Und ich will nicht hier sitzen und das passieren. Ich versuche, zu helfen. Ich versuche, zu helfen. Ich bin sicher, Walter hat wirklich geprägt. Wie du helft, Alvin. Das ist nicht fair. Du schützt ihn für die Aktionen von einem Madman. Ich versuche, dass egal, dass in der Intente, es gibt konsequenzen für Rache Aktionen. Das, was er sieht, als Kapitulation ist. Ich weiß nicht, was du sagst, aber ich weiß, es ist bullshit. Wir müssen etwas machen. Kenny. Ich versuche, alle in die Formen. ich versuche, dass wir alle in die Formen sind. Ich versuche, dass wir alle in die Formen sind. dass wir alle in die Formen sind. Wir sind in ein Kettel, wie ein paar Pferden. Es ist vorbei. Du wirst nicht wissen. Ja? Ich bin in diese Situation vorher. Du bist ein Prisoner? Du bist ein Prisoner? Stop kämpft! Bitte. Bitte. Gut. Jetzt sprechen wir. Carver wird auf der anderen Seite mit 10 Leuten sein. Da, da, Baby. Es ist okay. Alles wird gut. In diesem Moment, vielleicht Luke ist die einzige Hoffnung. Wenn er etwas tun hat, dann hätte er es gemacht. Wer weiß, was er mit ihm ist. Alles kann passieren. Ich erzähle dir, was er passiert. Er hat uns verletzt. Ich weiß, dass er nicht hier ist. Ich weiß, dass er nicht hier ist. Er kann nicht sein, aber er wird uns nicht verlassen. Wir müssen warten und sehen. Das ist alles, was wir tun können. Sie ist richtig. Es gibt keinen Weg, zu wissen, was mit ihm passiert ist. Ich habe dir bereits gesagt, er ist weg. Ich habe gesagt, er ist weg. Wir sind nahe. Wir sind nahe. Lass uns das machen. Sie haben Schäden. Was genau erwartet ihr zu machen? Ich werde den ersten Mann, den ich sehe. Dann nehme ich seine Schäden und benutze ihn, den nächsten Mann, den ich sehe. Schau dich. Schau dich, Doc. Das ist nicht dein Telefon. Das ist nicht dein Telefon. Hey, wenn etwas passiert, dann helfen Sie. Dann helfen Sie. Dann helfen Sie. Dann helfen Sie. Hey, Clem. Schau mich. Du glaubst mir. Du glaubst mir, oder? Ja? Kenny, bitte, hör sie. Sie wissen ihn. Sie wissen ihn. Ich glaubst mir. Ich werde, was ich kann. Okay. Es ist okay, ein bisschen Angst. Aber wir müssen das machen. Okay. Okay. Kenny! Kenny, bist du okay? Ist er okay? Ich denke, so. Oh, was hat mich gefallen? Wahrscheinlich für die Besten. Was? Der hat uns jetzt alle umgebracht. 100%ig hätten sie ja alle umgebracht, wenn der jetzt rausgesprungen wäre. Das sind ja alles irre. Nur wahnsinnige. Mann, nur mehr. Die Böden nicht funktionieren. Die Böden nicht funktionieren. Die Böden nicht funktionieren. Alles gut, auf und an. Die Böden? Wie hast du deine Restreiten aus? Komm her. Schussack, die Cote. Ich denke, ich habe eine Idee. Es kann nicht nur einmal kommen, aber Zeit wird diese Wurzelnut sein. So be patient mit ihnen, bis es es so ist. Und sie nehmen sich zurück, zu wissen, dass sie hier, um uns zu helfen, um unsere Haus zu machen. Alle diese Gefühle, die Sie haben, wie Angst, wie Angst, wie Angst, wie Angst, Sie alle sind. Niemand braucht, was sie gemacht haben. Aber wir müssen es in unseren Hörtern finden, um sie zu verabschieren. und sie sehen, wie viel Essen sie haben. Ich hoffe, du nicht sagen, wie ich denke, du sagen. Das ist ja nicht. Na, du sagst. Ja, du sagst. Wir brauchen dich, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir warten bis morgen. Wir sind alle zu verabschieden. Wir sind alle zu verabschieden. Wir kommen einfach mal auf. Wir kommen einfach weiter. Es gibt nichts, wir können nicht zu verabschieden. Ich muss ihn nicht. Ich muss ihn nicht. Ich muss ihn nicht. Ich kann nicht. Er ist... Er ist nach uns. Er ist nach uns. Er ist nach uns. Aber er wird zurück. Er wird zurück. Danke, Clem. Danke. Danke. Und mit der nochmählung zur Verfügung zu uns heute Abend, ich habe nicht gegründet dass wir weitergehen. Mir werden wir versuchen, dass wir uns nicht zu retten. Bill kann wissen, wenn ihr mit ihnen verabschiedern. Das war's für heute. Das wäre... Fuckin' Bill. Keeps me out in the cold, but at least I'll be comfortable. Hey, guys. Reggie! I'm so sorry. I'm so sorry. What did they do to you? This could have been worse, trust me. I'm lucky to be alive. It's my fault. No, it's really not. I would tell you if it was. This happened well after you guys left. Reggie helped us. When we ran away. I know. I feel the same way. What happened to his arm? I don't know. We were all running out together. But then he fell. And everybody kept running. I know he had both his arms then. They got me working outside. Lurker just snuck up on me while I was hammering something. Luckily, they took the arm off quick. Saved my life. That's awful. I'm so sorry. Look, it was my choice to help you guys. Hey, Reggie. Oh. Hey, Troy. Don't go fucking up now. Bill's real close to letting you out of here. You make sure things stay nice and quiet out here tonight. And I'll be sure to let Bill know just how helpful you were. Yeah, you can count on me. Thanks, Troy. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Let me introduce you. We were with them when we got caught. Hey, I'm Reggie. That's Sarita. Hello. And that's Kenny. Heya. Hello. Who are you? Hello. I'm Reggie with the Flosse. This freaks you out. My name's Clementine. It's very nice to meet you, Clementine. The other man. Unhygly guy. He's still on the left. Hey, where's Carlos? Bill's already got him looking at some folks. Oh, okay. Good. What about Pete? Can you guys save it for the morning? Some of us gotta be up early. Who's that? I don't know. I don't recognize the voice. No problem. Sorry about that. Okay, that's Mike. He's kind of a dick when he's tired. But, like I said, he saved my life. So, I put up with that shit. Bill put him to work outside the wall with me. I'm so sorry. Stop with all the sorry. It was my choice. Besides, he said once you were all caught, he'd let me rejoin the group. So, I'm glad you're here. I'm just joking. I know. I mean, he did say that. But, I'm not happy about it. Who's she? Hm? Who? The girl over there. Oh, yeah. Right. Okay. So, she's fucking weird. They found her sneaking around outside the camp covered in guts and just like the grossest shit. It's probably best not to stare. I know how it must look. But, it's really not that bad here. Reggie. No, I'm serious. Where else are you going to find food like we have? We've got the canned stuff and now with the greenhouses coming along, we've got fresh food. The buildings getting more and more secure all the time. Mostly through forced labor, but that's only temporary. They've even got the solar panels working. When was the last time you had electricity, huh? Well, we just came from a lodge with a wind turbine. It's not a competition. I'm just saying, it's not as bad as you think. We're building something great here, guys. A real community. Bill is making it happen. That's awesome. Look, I've made mistakes and he's forgiven me. That doesn't make up for what he's done, Reggie. Carver killed my friend Walter. Okay, I don't know what happened. But maybe he had his reasons. He killed Alvin too. Listen, I'm really close to getting let back into the group. Once that happens, I can do a lot more to help you guys be more comfortable. Comfortable? What do you think this is? I just don't want you to mess things up for me. I've worked really hard to get to this point. Will you please just try not to cause any trouble? At least until they release me. Then, once I'm out, I could help you more. Maybe even help get you out. Okay, sure. Thank you. It means a lot. She don't speak for all of us. No, but if she doesn't want to cause trouble, she doesn't have to. We can at least talk about it more in the morning. Just have a quiet night and chat again tomorrow. I can't believe what I'm hearing. Look, the fact is, Bill had every reason to kill me when I helped you guys. But he didn't. Obviously, I don't know what happened while you were all gone. But he's given me a second chance. And I know he'd do the same for you. Reggie, I don't want a second chance. After what he did to Alvin, I want him dead. Yeah, it's all. I need to sit down. Yeah, come on. Sarah, can you go see if there's something for her to drink? Okay. Yeah, there's water over by the benches. Ah, that didn't go as planned. Should have actually made a plan. Hmm. Man, fuck that guy. I don't think we can trust him. I mean, clearly, he's already drank too much of the Kool-Aid. I think he's just scared. Everybody's scared. Ain't an excuse to sound like a nutcase. You gotta take a look around. Mach ich. We gotta know if there's anything we can exploit to get out of here. We're in a tight spot. Gonna have to wriggle our way out. Well, what should I be looking for? Stuff that they don't want us to know about. That Troy asshole's gone for now. This is our chance. Don't worry about Reggie. I'll go help her on interference on them. Okay. Schauen wir uns jetzt mal um. Was haben wir denn hier? Eine Feuerstelle. Walker just snuck up on you, huh? Yup. I was distracted. Just wasn't thinking. The noise, hammering and stuff. I saw its shadow. It moved in front of one of our work lamps down here. And knocked it over. I couldn't even see for a second. That's when I got me. Gut. Jetzt schauen wir uns mal um. Mal sehen, ob wir irgendwas ist, was wir brauchen können, um den Einbau von diesen Arschlöschern anzubringen. Hmm. Haben wir hier was? Haben wir hier? Nein, da ist ein Alfa-Wand. Da kommt eine Storch. Halt. Still alive. I still think he got higher than he needed to. Nein, halt nicht. Schauen wir uns mal Regale an. Hmm. Looks rickety. Sieht wackelig aus. Vielleicht können wir da was machen. Nic. Wir lassen Nic mal schlafen. Wie soll man denn hier? Schauen wir uns das mal an. Ich glaube es ist besser als die Grunde. Es ist nicht. Nein, ich habe es nicht gemacht. Ich werde sie mich einfach schnell verbringen. Hmm. So, das lassen wir mal pennen. Was haben wir denn hier? Fischstatue. Hallo Fischi-Fisch! Wenn die rausreißen können wir dann Leute damit uns erschlagen mit einem großen Keule. Oder nicht? So, der ist auch knetschig. Den lassen wir nochmal. Bevor wir wieder rumweilen. Ich bin Tobe. Nein, ich will schlafen. Ähm, hier haben wir wieder eine Alfa-Wand. Ähm, ja. Ja, gehen wir mal hier rüber zu. Haben wir hier noch was? Das ist der Nick, wir denken hier noch etwas sprechen. Das machen wir dann mal noch mit allen zu reden. Ich möchte mich hier erst mal umschauen. Okay, was haben wir denn hier? Schlauchaufbrunner, das klingt ja schon mal ganz interessant. Zaun, Zaunlücke. Wir schauen uns erst mal das hier an. Aus dem Buch kommen wir eh nicht raus. Denk ich mal durch die Zaunwege, aber bestimmt irgendwas tun. Aber was weiß ich ja noch nicht. Hm, das ist fest. Wir schauen mal hier. Ja, so ist sicher. Gucken mal. Okay. Hey, Clem, come on. Don't be like that. She ain't doing nothing wrong, Reggie. Just relax. How can I relax when she's walking around touching everything? Bebebebebebebebe. Muschi. Okay, das haben wir hier eine Zaunlücke. Gucken wir mal raus. Das sieht doch schon ganz gut aus, die Zaunlücke. Erde. Mhm. Sieht ziemlich schrecklich. Okay, wir müssen jetzt reden. Wir gehen nochmal zum Eingangs-Duo und schauen uns das mal an. Ah, was ist denn hier? Uh, hier oben ist ja noch mehr. Stocheltort. Autsch. Japs. Da soll nichts reinkommen, da soll ja keiner rauskommen. Das ist mal so eher mein Bedenken. Leiter. Von? Dann, leiter.